Endlich ist es soweit. Wir ziehen um. Wisst ihr, ich freue mich schon richtig aufs neue Haus. Ob Anna den Garten mag? Verläuft sie sich nicht an der Wand? Mann, hab ich einen Knast. Du wirst schon nicht verhungern. Wir sind gleich da. Papa wartet bestimmt schon. Papa ist schon vorgefahren ins neue Haus. Mama hat ihn beauftragt, einen Klempner zu besorgen. Aber unser Papa ist ein Genie und für solche Dinge nicht zu gebrauchen. Also das mit der Neutschule ist echt scheiße. Komm, das schaffst du schon. Außerdem kannst du endlich mit dem Rad zur Schule fahren. Trotzdem. Er ist Astrophysiker und sitzt am liebsten vor seinem Computer. Ah, die bekannte Verzweiflungsposition. Was ärgert dich heute? Der fehlende Quantencomputer? Oder die ungezogenen Photonen? Ich denke nach. Das ist glücklich. Aber bevor du dich zerfleischt, die Teleportation ist bislang nur Michael Crichton geglückt. In seinen Science-Fiction-Romanen. Mein Problem ist viel simpler. Ein unerklärlicher Energieverlust. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Du wirst gleich sehen. Achte auf die Amplitude. Phase A, die normale Impulsbeschleunigung. Phase B, Experimentalkonstante. Und jetzt Phase C, der Quantenschub. Und da ist vorher nie etwas passiert. Ich kann es gar nicht erwarten. Ich freue mich riesig auf mein neues Zimmer, den Garten und alles. Ja, Papa wartet bestimmt schon. Oh Mann, mir hängt der Magen. Ich habe es ja geahnt. Papa hat unseren Umzug total vergessen. Das glaube ich jetzt nicht. Oh oh. Ja, von 100 auf 0 in einer Sekunde. Die ganze aufgebaute Energie ist verschwunden, verschluckt. Wo ist sie? Keine Ahnung. Ein Berechnungsfehler. Stern? Julius? Ach, du bist Schatz. Wo brennt's? Na, du bist gut. Wo brennt's? Wo steckst du denn? Du, wir stehen hier vorm Haus und kommen nicht rein. Oh, oh, das tut mir aber wirklich leid. Weißt du, da kann ich jetzt gar nichts machen. Ich stecke hier da gerade mitten in einem Riesenstau. Du steckst im Stau. Na, nicht ich. Der Bus. Ja, ja, ich tue mein Möglichstes. Bis gleich. Er steckt im Stau und versucht sein Bestes. Ja, wieso hast du ihm auch alle Schlüsse gegeben? Du kennst doch Papa. Ach, jetzt bin ich auch noch schuld. Ja, das habe ich gebraucht. Herr Professor, ohne Unterschrift kommen Sie mir nicht weg. Bitte schön. Bitte schön. Danke schön. Papa kommt bestimmt gleich. Die Neuen sind da. Und? Sie kommen nicht rein. Danke. Hier bin ich. Deine Kondition war auch schon besser, Papa. Ich denke, du steckst im Stau mit dem Bus. Äh, ich, äh, ja. Hier. Ich glaube, es ist auch besser, du sagst nichts mehr. So, hereinspaziert. Schön. Oh, die Küche. Das Wasser geht ja immer noch nicht. Was sagt denn der Klempner dazu? Der Klempner, äh, ja, was soll er denn sagen? Nichts, man weiß ja, wie Handwerker sind. Hey, du hast mir versprochen, dich darum zu kümmern. Warst du wieder am Institut? Schatz, ich, äh. Hey, du warst heute überhaupt noch nicht hier, gibst du. Dann sag nicht immer Schatz. Papa, Papa, hier. Hier ist doch seine Brille. Papa ist erst mal gerettet. Ach so, was? Da ist ja meine Brille. Da ist er. Aber ich glaube, er weiß selbst nicht genau, wie seine Brille hierher gekommen ist. Und mit dieser Brille hat eigentlich alles angefangen. Der erste Morgen in meinem Haus. Du darfst dir was wünschen. Haus in Leil. Auf ganz privater Ebene. Okay. Ich glaube, wir brauchen ein Team. Das war ich los. Mama, Papa, wo seid ihr? Hier. Anna ist weg. Was? Oh, mein Gott, Sternchen, du kannst einen aber auch erschrecken. Wo soll sie denn sein? Verlaufen. Die kennt dich doch hier nicht aus. In dem Chaos. Äh, Ulrike. Ich hab da ein kleines Problemchen. Ulrike. Sternchen? Ich geb's auf. Anna wird sie schon irgendwann anfinden. Ist ja nicht. Weißt du, ich müsste heute Vormittag noch einmal ganz kurz... Du, schon kannst du vergessen. Immer noch traule Brille. Oh nein. Julius. Der Klempner. Also ich kümmere mich um den Klempner und mache uns noch einen schönen Kaffee. Kaffee womit denn? Kein Wasser. Also, wir fahren euch jetzt zur Schule und wir rücken dem Klempner persönlich auf die Bude. Marsch. Sternchen. Die Anna. Na, also. Und Sternchen, gib deinen Lehrern eine Chance, blamier sie nicht mit deinen super schlauen Fragen. Komm, Pau, gib dir den Ruck. Mach's gut, Paule. Ob sie winken? Wir sind ja nur die Älter. Ich glaube, ich steig jetzt auch schon aus. Wieso denn? Na ja, der Klempner ist gleich ums Eck. Den werde ich beide machen. Ich komm mit. Nein, nein, du hast ja genug zu tun. Ich schaff das schon. Ich komm dann mit dem Klempner nachher. Okay, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Soll ich die Achte? Ja. Acht B? Ja, genau. In der Pause gehen wir raus und brauchen eine. Kommst du mit? Ich bin mir so Spocker. Aha. War nur so eine Frage. Fragen kann man mich immer. Können Sie nicht ein bisschen beeilen? Keine Panik, wir haben es gleich geschafft. Ich sage immer, die Leute nehmen sich einfach nicht die Zeit, das Leben zu genießen. Immer nur Hektik. So Zeit kann man sich nicht einfach nehmen. Zeit ist eine konstante Größe. Sie existiert außerhalb unseres Bewusstseins. Und sie ist irreversibel. So, bevor wir jetzt gleich anfangen, möchte ich euch noch eure neue Mitschülerin vorstellen. Das ist, ähm... Lisa Marie Stern. Sehr schön. Und möchtest du uns noch etwas über dich verraten, damit wir dich besser kennenlernen? Was hast du denn für Hobbys? Computer und Schildkröten. Voll Öl. Dennis, das ist toll, Lisa. Und willst du uns noch verraten, was deine Eltern machen? Mama macht Berlin bekannt. Berlin kennt doch jeder. Dennis. Und Papa verbessert die Relativitätstheorie. Möbius, Herr Professor Stern. Im Namen des Freundeskreises außergewöhnliche Phänomene darf ich Sie ganz herzlich willkommen heißen. Oh, Entschuldigung, ich dachte, das wäre mein Mann. Hey, hier sind Sie mal Ihre Nachbarn. Trüschel. Ach. Jetzt ist elf. Meine Frau. Freut mich. Und jetzt ist Rudi von Hohenlohe. Auf jute Nacht geschaffen. Wir wollen doch gar nicht wecker stören. Ja, aber wir mussten ja, wir, äh, wir wollten mal so ein bisschen, also, wir dachten so, falls wir Hilfe brauchen, ne? Sehr nett. Danke, danke. Da haben Sie ja ein richtiges Schätzchen an Land gezogen. Ich meine, mit das Haus hier, ne? Hat uns auch gleich gefallen. So ein Altbau hat eben doch mehr Charme als Neubau, nicht wahr? Ja, schon, schon, aber wenn ich mir zum Bleistift mal Ihren Putz hier ankicke, also, ich könnte ja, wenn Sie wollen, könnte ich Ihnen mal die Adresse von unseren Architekten rüberreichen. Das ist natürlich nicht ganz billig. Dann geht der Herr Jatte eben mal auf den Baumarkt. Mein Reini hält es ja jahrzeidank nicht mehr nötig nach seinem Lotto-Gewinn. Gratuliere. Danke. Dann ist die Kohle endlich mal zu den Richtigen gekommen. Tja. Sie entschuldigen. Das ist Ihrs, ja. Ja, war sehr nett. Danke. Nicht für Unut. Wir wollten ja auch ja nicht stören. Wir finden schon alleine raus. Nein, Mama, du störst überhaupt nicht. Also, Kind, weil ich ja von euch nichts höre, wollte ich mich vorsichtshalber erkundigen. Wird jetzt bitte nicht böse. Ob die Konfirmation überhaupt stattfindet. Frauelskonfirmation? Ja, ich bitte dich, warum soll die denn nicht stattfinden? Ach, Mama, wir müssen dir doch keine Karte schicken. Ja, selbstverständlich bist du eingeladen. Wie, wo? Na, hier natürlich. Also, Kind, wenn du Hilfe brauchst, du musst es nur sagen. Mama, Mama, du musst mir wirklich nicht helfen. Wir schaffen das schon, wirklich. Ja, wir. Du, da kennst du deinen Schwiegersohn, aber schlecht. Du, Sekunde mal. Ach, Mama, ich weiß, dass du Julius für einen Fehlgriff hältst. Ulrike? Ulrike! Lassen Sie mich zum Abschluss Folgendes sagen. Die alten Griechen haben uns erklärt, dass die Dinge sind. Galilei und Newton, warum sie sich bewegen. Plank, warum sie sich verändern. Und Albert Einstein, dass die Dinge aus der Veränderung bestehen. Und diesen Herrschaften hier schließlich verdanken wir eine Vorstellung davon, wie das Ganze gemeint sein könnte. Beam me up, Scotty. Du? Tag, Ulilein. Guckst du denn so? Wie ein Gespenst? Wolltest du mich reinlassen? Doch, doch. Klar, komm rein. Da bin ich aber platt. Hast du nicht noch drei Monate, oder? Gute Führung, gute Verbindung, vorzeitige Entlassung, weißt du? Herzlichen Glückwunsch zum neuen Haus. Woher ist eigentlich die Adresse? Aber Ulrike, du hast dich mir auch selber gegeben. Schon vergessen, oder? Ja. Weißt du, was ich glaube? Du bist ganz schön durch den Wind, du weißt? Wo bist du denn unser Genie? Ach so. Das Übliche, schon klar. Aber Ulrike, das hast du dir selber ausgesucht, ne? Komm, ich zeig dir das aus. Ach, hier ist es. Du hast doch noch ganz schön was vor der Brust, bis das hier kuschelig ist. Ich will keine kuschelige Wohnung. Schönes Zimmer. Aber... Aber? Na ja, hier muss... Hier muss Licht rein. Hier muss Natur rein. Hier muss ein Riesenfenster rein. Schönes, großes Fenster. Super Idee. Dennis Heiser, ich zeige ihn dir morgen auf dem Schulhof. Ich kann doch keinen verprügeln, der fünf Klassen unter mir ist. Los, ein bisschen schütteln. Ich bin es. Ich verkünde Gerechtigkeiten. Ich bin der große Helfer. Wo ist denn das wieder her? Baby-Website. Na? Wie war's? Ätzend. Stand ja Probleme mit Jungs. Und du mit Mädchen. Gleich dreimal. Hat sich der Umzug ja schon gelohnt. Na, Kinders? Kennt ihr euren Onkel noch? Sarah, wie er ist? Was ist denn los? Schönes, großes Fenster. Hast du doch gut gefunden. Keine Sorge. In ein, zwei Stunden bin ich durch. Halt! Bringt eure Sachen nach oben. Sag mal, bist du wahnsinnig? Du kannst doch nicht einfach ein Loch in die Wand kloppen. Nein. Oh Gott, wenn Julius das sieht. Meinst du, der findet das nicht gut? Keine Sorge. Wir waren noch nie einer Meinung. Weißt du, er hat den Grips und ich hab den gesunden Menschen verstanden. Das ist ein Riesenunterschied. Dazu kommt noch, dass ich goldene Hände habe. Du, ich weiß, du hast bestimmt gut gemeint, aber... Meinst du nicht, dass das eine Sache für einen Fachmann ist? Aber Ulilein, ich bin doch ein Fachmann. Zwei Ausbruchsversuche. Weißt du, wie sie mich genannt haben? Den Mauerspecht. Und jetzt pass mal auf. Was guckst du denn so? Ich bin's doch bloß. Was hat denn diese Kriminelle in unserem Haus zu suchen? Der ist dein Bruder und er hat mir geholfen. Geholfen? Geholfen? Wir haben ein Loch in der Wand. Auweia. Ja, geholfen. Was man von dir wohl nicht behaupten kann. Wo warst du überhaupt die ganze Zeit? Ach, ich bin... Hallo? Hallo. Ist da jemand? Wer ist denn das? Ah, hallo. Was haben Sie denn hier zu suchen? Na, ich suche die Kronengewählen der Königin von England. Ich hab mir erlaubt, deinen Klempfner zu bestellen. Du hattest ja offensichtlich keinen Erfolg. Hey, ich glaube, Sie haben auch noch Maurerbitter nötig, oder? Moment, ich komme. Entschuldigung, Sie. Moment, ja. Dann ich muss die Küche her. Ja. Herr Professor Stern, wohnt er hier? Ja, ich bin seine Frau. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin seine Assistentin. Sie sind Diana. Ja, freut mich. Guten Tag. Tag. Sie können schon anfangen. Das hat er gestern im Institut vergessen. Ich hab es vorhin auf dem Sessel gefunden und dachte, da ich sowieso vorbei musste. Das ist aber nett, danke. Ich hab es ausgesaltet, war doch in Ordnung. Ja, ja, super. Mein Mann ist hinten im Garten. Wenn Sie wollen, dann... Ich möchte nichts stören. Also dann, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Mein Sessel. Aus dem Labor? Paul! Sternchen! Paul! Komm, bitte still. Was ist das? Ein Sessel. Rotes Leder. Scheußliches Teil. Finde ich auch. Woher ist der denn? Das kann ich mir auch nicht erklären. Die Möbelträger. Vielleicht vom letzten Umzug übrig geblieben. Ja, gestern stand er aber noch nicht hier. Stimmt. Wollte eigentlich nur sagen, Wasser, Marsch, alles Paletti. Äh, Mama? Ja? Vertragt ihr euch jetzt wieder? Vertragen? Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Darf ich? Ich bin in der Wanne. Was muss ich tun, dass du mir wieder gewogen bist? Wozu? Geh doch zu deinem Freundeskreis. Außergewöhnliche Probleme. Ist dir das sowieso wichtiger? Phänomene. Was? Der Freundeskreis heißt Außergewöhnliche Phänomene. Ulrike, ich habe Mist gebaut. Versuchst du es nochmal mit mir? Und was ist wenn nicht? Oh, dann, äh, dann muss ich vollkommen sterben. Haha. Haha. Ich glaube dir kein Wort. Du tröstest dich mit deiner Assistentin. Mit Diana? Wie kommst du denn da auf? Du, die war hier. Hast dein Handy vergessen. Sie ist auch bezaubernd. Ach, sie ist auch bezaubernd. Ach, sie ist auch bezaubernd. Ja, meine Assistentin. Deine Assistentin, ja? So bezaubernd, vielleicht. Nein, nein, wirklich. Nein, wirklich. Kaka? Nein, sie ist auch bezaubernd. Nein, sie ist auch bezaubernd. Das ist bezaubernd, nicht? Das ist bezaubernd. Niemals so bezaubernd wie du. Oh, morgen muss ich arbeiten und in einer Woche schon ist die Konfirmation. Man kann auch ohne Gardinen feiern. Das erkennt man, der in der Schiene ist. Na, warte. Mann, habt ihr mich erschreckt? Wenn du nicht gleich im Bett verschwindest, erschrecken wir dich noch ganz anders, meine Süße. Ist das dein neues Programm? Ein Upgrade. Und wie viel bist du denn schneller damit? Ich prüfe gerade die Tools. Hast du das von einer CD oder aus dem Internet? Seid ihr noch normal, jetzt geht's aber ins Bett, hopp. Absüße. Schlaf gut, Sternchen. Schlaf gut, Sternchen. Guten Morgen, Mädels. Guten Morgen. Hier, meine Umzugskalorie. Oh, du Süße. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Danke. Bitte gerne. Und wie fühlst du dich im neuen Haus? Was hast du denn in der ersten Nacht geträumt, ha? Keine Gefühle, keine Träume, totale Erschöpfung. Dann ruhe dich erst mal aus, ha? Wann hast du denn heute die erste Tour? Um zehn, Franzosen, auf den Spuren der Hugenotten in Berlin. Ja, Stern? Ja, natürlich. So. Nix mit ausruhen, der Chef. Oh, oh. So früh? Tja. Sind ja ganz neu. Sie hatten viel Glück. Liebe Frau Stern, was Ihre Qualifikationen betrifft, also, da habe ich nicht den geringsten Zweifel. Sie kennen das Unternehmen, warum sollten wir uns ja jemanden von außerhalb holen? Das ist eine große Chance für Sie. Die ich sehr gerne wahrnehme. Aber, Sie verstehen, dass ich noch ein wenig Bedenkzeit brauche? Aber selbstverständlich. In einer Stunde erwarten wir Ihre Entscheidung. Oh, vorausgesetzt, ich erreiche in einer Stunde meinen Mann. Professor Stern, der berühmte Physiker. Das gibt's doch nicht. Energie kann sich verwandeln, aber nicht einfach verschwinden. Vielen Dank für die Belehrung. Da ist noch etwas. Es verschwindet nicht nur Energie, sondern auch Sessel und Brillen. Ist hier eingebrochen worden? Naja, und wenn ja, dann haben die Diebe mir beides nach Hause gebracht. Julius. Willst du nicht ein paar Tage Urlaub nehmen? Der Umzug, die Arbeit. Am Ende kannst du dich auf gar nichts mehr konzentrieren. Soll ich dir was sagen, Clemens? Ich glaube, der Sessel, die Brille, die verschwundene Energie, das alles, das alles hängt irgendwie zusammen. Entschuldige. Stern? Julius? Ach, super. Hast du einen Moment Zeit? Ja, aber für dich doch immer, mein Schatz. Stell dir vor, ich soll die Europaabteilung übernehmen. Moment. Aber ich habe nur eine Stunde Zeit, mich zu entscheiden. Ja, also wenn du das machen willst, dann sag doch ja. Was? Ach, ich verstehe keine geregelte Arbeitszeit und kein künktlicher Feierabend. Aber das ist doch kein Problem. Okay, aber du müsstest Sternchen heute Abend abholen. Die kommt doch vom Schulausflug zurück. Ostbahnhof, Gleis 3, 19 Uhr. Kannst du das einrichten? Julius, hallo. Äh, was? Ach so, ja, ja, na klar. Danke. Ich liebe dich. Ja, tschüss. Wow. Boah. Ist ja nicht zufrieden. Mann. Puh. Ja. Sag mal, müssen wir dich jetzt siezen? Quatschen. Alles bleibt so, wie es ist. Wäre noch schöner. Na klar, du organisierst und wir machen die Arbeit. Genau. Alter Schwede. Bitte? Hallo. Ulilein. Ich habe gar nicht gewusst, dass du inzwischen zum Direktor mutiert bist. Na, wir holen dann mal den Rest. Bis später. Mhm. Hallo, die Damen. Der Herr. Hallo. Hey. Was verschafft mir die Ehre? Von Baumaßnahmen bitte ich jedenfalls dringend abzusehen. Ach komm. Die hier, die ist für dich. Na, wegen dem Loch in der Wand. Und wenn du mir jetzt noch deinen Haustürschlüssel übergibst, dann siehst du heute Abend von der Katastrophe kein Stück mehr. Versprochen. Na, danke. Warte. Hier mein, mein Zweitschlüssel. Zu treuen Händen, ne? Aufsache Ries ist Verlass. Wenn ich was verspreche, dann 100 pro. Mann, ey, wenn ich fertig ist ja schlimmer als Training. Sag mal, wann ist eigentlich die Lucrativa? Die Straße oder die Bahn? Was meinst du mit Lucrativa? Na ja, wo kann man mehr Kohle machen? Ich meine, Sechs-Tage-Rennen oder Tour de France? Ach, keine Ahnung. Die wichtigen Fragen hast du keine Antwort, was? Du bist genau wie dein Vater. Achtung, sie kommt. Was machen wir, wenn es ihr nicht gefällt? Ich habe eine Schlatsche. Guten Abend. Guten Abend. Schmeckt's? Dankeschön, vielen Dank. Ach Uli, ähm, Ulilein, würdest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Ich habe meine Bierflasche im Wohnzimmer vergessen und äh, da du gerade schon mal stehst, vielleicht holst du mir die eben? Bier? Ja. Sonst geht's dir noch gut, ja? Mama! Was? Geh doch mal ins Wohnzimmer und hol das Bier. Wow! Das glaube ich nicht. Das ist ja fantastisch. Das ist ja der Wahnsinn! Ey, du bist der Größte! Ich habe nichts gesehen. Entschuldige, bitte ich. Wir mussten einfach duschen. Wir waren dreckig wie die Schweine. Ihr seid beide fantastisch. Wo sind Papa und Sternchen? Na, vielleicht hat der Zug Verspätung. Oh, ich glaube, ich mache mal statt. Danke fürs Helfen. Ulrich, Ulrich, ich bin an einer riesigen Sache dran. Das ist unvorstellbar. Also, wenn mir das gelingen sollte, das wäre, ich kann es gar nicht sagen, das wäre, das wäre der Nobelpreis. Wo ist ein Sternchen? Sternchen? Sternchen. Oh Gott. Ja. Das glaube ich nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich nicht. Ich... Sahari, jetzt komm. Was? Ja? Ja, sicher. Sie ist bestimmt mit einer Freundin mitgegangen. Ach, sie ist so seit zwei Tagen in der neuen Schule. Sternchen, dass du wieder da bist. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Es ist allein meine Schuld. Ein Kausalnexus divergente Modalitäten. Papa. Schon gut. Verbessern Sie mal weiter die Relativitätstheorien. Tschüss. Tschüss. Und danke. Sternchen. Gladionen sind Ihre Lieblingsblumen, Papa. Ich verstehe. Ja? Julius? Ach Gott, sehr Dank. Ja. Die Lehrerin hat Sternchen gerade nach Hause gebracht. Signalfarbe. Wenn Anna jetzt wieder abhaut, filmen wir sie schneller. Wow. Cool. Danke. Gute Idee, Paul. Wie war denn der Ausflug? Wie Schulausflüge ebenso sind. Bisschen Kinderkram. Aber ganz nett. So. Mit dem Schlaf schon. Mama kommt auch. So was, Anna? Marsch ins Bettchen. Lass Anna schlafen. Schläft die immer unter dem Schrank? Ja, meistens. So was? Na ja. Also dann, gute Nacht, ihr beiden. Man kann alles vergessen. Den Umzug, das Handy, von mir aus auch den Klempner. Aber nicht das eigene Kind. Das musste erst mal jemand nachmachen, mein Lieber. Weißt du, was das ist? Das ist kriminell. Also ich weiß, Ulrike, dafür gibt es keine Entschuldigungen. Es tut mir auch wahnsinnig leid. Aber es war das erste Mal. Was ist das erste Mal? Das erste Mal, dass sowas wie mit Sternchen passiert ist. Ja. Und weißt du auch warum? Weil ich mich sonst gekümmert habe. Ich und zwar immer nur ich. Und ein einziges Mal, ein einziges Mal bitte ich dich, dass du mir hilfst. Und was passiert? Ulrike. Ach komm. Du hast überhaupt kein Interesse daran, wie es mir geht. Wie ich mich fühle. Wie mir der neue Job gefällt. Oder hast du dich einmal gefragt, wie ich das alles hier schaffe? Hm? Der Umzug. Die Konfirmation. Wichtig ist immer nur dein verdammter Kram. Ulrike, ich verstehe, dass du eine Wut hast auf mich. Aber du bist jetzt auch ungerecht. Ach ungerecht, ungerecht. Ich bin ungerecht. Denn... Der Bruder ist ein Krimineller. Und du... Du bist der liebe Gott. Wenn ich Zacharias nicht gehabt hätte, dann... Ach du... Dann geh doch endlich zu deinem Zacharias. Oh, jetzt kommt die alte Leier wieder. Mein Zacharias. Nur weil ich mit 17 Mal mit ihm in der Disco war. Nicht nur in der Disco. Ach komm, hau ab. Ich kann dich nicht mehr sehen! Wo ist Papa? Weg. Wie weg? Wie weg? Ausgezogen. Sag mal, spinnst du? Papa ist weg, Anna auch und Mama raucht wieder. Kein gutes Zeichen. Das könnt ihr doch nicht machen. Lasst ihr euch jetzt scheiden? Paul, kannst du mir gefallen tun? Nach der Schule auf deine Schwester aufpassen und wenn es bemüht, ein bisschen später wird. Mach dich was zu essen. Ohne Papa, das geht doch gar nicht. Ja, ist aber auch echt eine schwache Leistung von ihm. Kann ja mal passieren. Das sieht Mama aber anders. Aber deshalb muss sie sich doch nicht scheiden lassen. Ich schätze mal, die vertragen sich wieder. Aber wenn sie schon raucht. Stimmt. Ist kein gutes Zeichen. Hey, guck mal, da ist er. Morgen, Paul. Sag mal, schaffst du den Rest allein? Vergiss nicht, du sollst auf mich aufpassen. Ich wünsche es lieber nicht. Morgen, Mädels. Oh Mann, Männer. Guten Morgen, Herr Professor. Kaffee oder Tee? Mist. Ist nicht im Angebot. Das glaube ich jetzt nicht. Anna. Diana, Herr Professor. Ich habe es gewusst. Das könnte der Beweis sein. Anna, ich liebe dich. Wir sind keine Flügel gewachsen. Du hast keine Doppelgängerin. Du hast unter dem Schrank gesessen und ich bin auf dich zugekrochen. Und da muss es passiert sein. Aber wie? Wodurch? Es kann nur das Handy sein. Natürlich. Das Handy. Aber ein Handy kann doch keine Molekularstrukturen auflösen. Oder doch? Aber unter welchen Voraussetzungen? Kannst du mir das verraten? Ich glaube nicht, dass sie antwortet. Clemens. Es ist etwas Unglaubliches passiert. Du bist Dr. Doolittle und verstehst die Sprache der Tiere. Aber nein. Ich glaube, ich habe... Diana, könnten Sie so nicht sein, mir ein Café zu besorgen? Clemens. Ich habe gebeamt. Damit. Die Schildkröte. Über eine Entfernung von drei Kilometer. Luftlinie. Igo Lius. Man kann mit einem Handy viel größere Entfernungen überwinden. Man spricht rein, die Sprache wird digitalisiert und gelangt per Satellit in die hintersten Winkel der Erde. Sprache, 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 ja. Schildkröte, nein. Das ist Unsinn. Die ist dir zu Hause in die Tasche geklettert und du hast sie selbst mit deinen eigenen Beinen hierher geschleppt. Nein, nein. Diese Schildkröte wurde direkt von zu Hause hierher in dieses Institut transmitiert. Jetzt. Du glaubst es nicht? Bitte. Halt. Ganz kurz. Ab, nein. Doch nicht. Wenn die Schildkröte endgültig verschwindet, das würde mir Sternchen nie verzeihen. Halt einmal. Die Tasse. Ja, das ist vielleicht zu leicht. Der Spektral-Analyzer. Der ist zu schwer. Hol bitte den Einsteller. Julius, ich bin auch schon mal umgezogen. Da weiß man nicht, wo einem der Kopf steht. Was hältst du davon? Du gehst nach Hause, fütterst deine Schildkröte und schläfst dich aus. Ich habe kein Zuhause mehr. Ich kieke, staune, wundere mir, ich wunder mich über Janis Speer. Das ist ein alter Berliner Spruch. Sie sehen also, meine Damen und Herren, Sie haben es hier mit einer Stadt zu tun, in der alles möglich ist. Hier wurde das Fernsehen erfunden, das Kino, die Thermoskanne, das Fliegen der Feuerlöscher und sogar die Atomspaltung. Tja, und wenn Sie uns das nächste Mal besuchen, ist ganz bestimmt wieder etwas Unglaubliches passiert. Bis dann, kommen Sie gut nach Hause. Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen Tag noch, ne? Hey! Uli! Na, du! Hallo! Hallo! Sag mal, ich dachte, du ahlst dich auf dem Direktorsessel. Stattdessen mal los, du auf Außentour. Haben Sie schon wieder geschasst? Freiwillig, ich mache eine Vertretung für eine Kollegin. Ach so, ich habe schon befürchtet, die gestrigen Ereignisse hätten nicht dazu beflügelt, deiner Karriere ein vorzeitiges Ende zu setzen. Was kann ich für dich tun? Für mich? Nichts, alles Paletti. Da oben ist noch jemand, der will nicht aussteigen. Warte mal. Hallo! Hallo! Sie müssen hier aussteigen. Do you speak German? Do you speak English, German, French? ㅋ Du bist out, over, finished. Das ist der Eiffelturm, den haben wir hier nicht. Ja. You are in Berlin, not Paris! Berlin! Vielleicht sollten wir mit ihm eine Runde um den Funkdum drehen. Okay. Das ist ja so blöd. Papa, hab ich schon ganz doll vermisst. Ich denke auch. Ich habe mir was ich dir mitgebracht habe. Was soll die denn her? Hört sich früher, weil sie wieder weg. Hi Papa, echt cool, dass du dir freigenommen hast. Und hiermit übergebe ich dir Sternchen in deine treuen Hände. Ich weiß nicht, was wir alle an den Kopf haben. Und ich sage dir, da wird sich nie ändern. Niemals. Dazu gibt es nur so viel zu sagen. Niemand ändert sich. Weißt du, wir beide, ich meine Julius und ich, wir waren schon immer so, wie wir jetzt sind. Schon als wir Kinder waren. Ich war immer verführbar. Zu jedem Scheiß und von jedem. Julius nicht. Er hat immer nur das gemacht, was er wollte. Das kann er ja auch. Aber wenn man eine Familie hat, dann hat man auch ein bisschen Verantwortung, oder nicht? Kannst du mir verraten, wozu man so viele Töpfe braucht? Zum Kosten. Aber wir haben doch nur vier Herdplatten. Papa, du hast auch nur zwei Beine und mehr als ein paar Socken. Apropos Socken, ich muss mich jetzt bald auf dieselben machen. Weißt du denn, wann Mama zurückkommt? Papa, bitte bleib hier. Glaube mir, das ist keine gute Idee. Ihr vertragt euch doch wieder. Das musst du mir versprechen. Das kann ich dir nicht versprechen. Liebst du uns denn nicht mehr? Wie kommst du denn auf so eine dumme Idee? Weißt du, Papa und Mama brauchen ein bisschen Zeit. Wie lange? Bis morgen? Die musst du noch mal fragen. Guck mal. Der ist auch nie zu Hause, die arme Frau. Hat altfüller Arbeit. Arbeit? Das glaubst du. Der zieht doch Nebenluft. Der Julius, der weiß ganz genau, was er will. Und er will dich. Das hoff ich für ihn. Hallo? Au. Toom. Hoppen, Marc. So hat die Ding. So hat die Ding. Let's have up. Mutter, du. Überraschung. Die Konformation ist ja erst Samstag. Na ja, da kann ich ja wieder gehen. Mama, schön, dass du schon da bist. Mama, wir haben verschlafen. Machst du schnell einen Kaffee? Hallo, Oma. Ja, hallo. Ja, gut. Ja, seid verständlich. Mein Gott, und da sagt meine Tochter, ist alles palettig. Bis zur Konfirmation kriegen wir das ja nie hin. Paul, wenn du heute aus der Schule kommst, räumst du unbedingt dein Zimmer ein, klar? Ja, aber kommst du denn heute an? Gegen sieben. Ich versuch's jedenfalls. Wieso arbeitest du denn, wenn ihr umzieht? Hast du dir keinen Urlaub genommen? Erklär ich dir später, ja? Ist für mich. Tschüss. Ciao. Ich zeig dir mal was, Oma. Seine Haare. Komm, Sternchen, wir müssen. Mama, du wirst zurechtkommen. Sag mal, wo ist eigentlich mein Schwiegersohn? Du meinst Julius? Wenn ich mich richtig erinnere, hast du vor 15 Jahren aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen einen Mann diesen Namens geheiratet. Er ist unterwegs, Mama. Wo sollte Julius sonst sein? Jedenfalls nicht da, wo er am dringendsten gebraucht wird. Tschüss, Oma. Und ich hab gedacht, wir frühstücken erst mal gemütlich. Du, Mama? Mhm? Was sagen wir der Oma wegen Papa? Gute Frage. Am besten, ihr vertragt dich ganz schnell wieder. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Ach, Sternchen. Wenn's so einfach wäre, hm? Ja? Ach, du bist... Wie geht's dir denn? Mir? Ja, mir geht's wunderbar. Ich bin gerade beim Frühstück. Was? Nein, nein. Kaffee, frische Brötchen. Ja, ja, mit den Kollegen. Ähm, ob ich dir einen Gefallen tun kann? Natürlich, jederzeit. Ich glaube, wir sollten das nicht am Telefon besprechen. Ich komm zu dir ins Büro. Ja, ja, Zeit, Zeit hab ich für dich immer, mein Schatz. Ja, bis gleich. Bitte, mein Herr. Danke, Kollege. Julius. Eine Katastrophe. Was ist denn passiert? Mama. Sie ist schon da seit heute Morgen. Überraschung. Mama ist deine Mama. Mama ist keine Katastrophe. Und was soll ich ihr sagen, wo du bist? Ja, sag ich, bei der Arbeit oder auf einem Kongress. Lass dir was einfallen. Oder sag ich, die Wahrheit. Die Wahrheit. Naja, dass du mich ausgeschmissen hast. Damit ich mir zum hundertsten Mal von ihr anhöre, dass ich schon immer wusste, dass du der falsche Mann für mich bist. Ach, du findest nicht, dass ich der falsche Mann für dich bin? Darum geht's jetzt überhaupt nicht. Aber ich will nicht, dass ich Mama in unsere Angelegenheiten mische. Und das wird sie unweigerlich tun, wenn sie mitbekommt, dass wir... Ja. Also gut, dann komm ich zurück nach Hause und wir tun so, als wäre nichts gewesen. Okay. Aber wenn Mama verschwindet, verschwindest du auch. Frau Stern. Das Odeon auf Roros wird nicht fertig. Das hab ich geahnt. Das ist eine Riesenschweinerei. Wir haben 30 Überbuchungen. Ja, ich hab's befürchtet. Na, besser wäre, Sie hätten irgendetwas unternommen. Ich habe 20 Leute in Saturn, den Rest ins Meridian umgebucht, vor zwei Wochen. Die Herrschaften wurden kontaktiert, sie sind einverstanden, es wird also keine Regressforderung geben. Bitte. Schon vor zwei Wochen? Vor zwei Wochen. Frau Stern, Sie haben uns wieder mal gerettet. Ja, Entschuldigung. Darf ich vorstellen, mein Mann, Herr Clausen, unser Geschäftsführer. Der berühmte Professor Stern. Es freut mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Ganz meinerseits. Herr Professor, Ihre Frau, eine Perle. Aber ich schätze, das wissen Sie selber. Super. Also, meine Perle, wer sieht uns am Abend? Hallo, Herr Professor. Na, auch mal wieder nach Hause gefunden? Und mit so schönen Blumen für die Frau, ihr Malen. Julius, hast du denn keinen Schlüssel? Herzlich willkommen, Charlotte. Für mich? Wie reizend. Danke. Na, kommt doch rein. Darf man fragen, wo du gewesen bist? Oh, man darf, Charlotte, man darf. Im Übrigen bin ich ja jetzt da. Wie schön. Dann kannst du dich ja gleich nützlich machen. Hier gibt's eine Menge Arbeit für dich. Weißt du, ich muss nur kurz in mein Büro den Computer anschließen und die Software und den Rechner. Das dauert drei, vier Stunden. Aber dann hab ich für dich Zeit. Julius, veralbern kann ich mich alleine. Ja, bitte? Guten Tag. Wohnt hier die Familie Stern? Wohle. Die übernachten hier gelegentlich. Mein Name ist Winkelmann. Ich suche Julius. Winkelmann? Professor Winkelmann? Exakt. Treten Sie näher. Mein Schwiegersohn ist auf der Flucht vor ehrlicher Arbeit. Er hat sich im Dachgeschoss verschanzt. Schuhe bitte abputzen. Selbstverständlich. In dem Haus ist nur ein Selbstverständlich, das Chaos. Wenn wir mal rein theoretisch annehmen, deiner seltsamen Beobachtung mit der Schildkröte läge ein naturwissenschaftliches Phänomen zugrunde, dann läge doch der Beweis in seiner Wiederholbarkeit. Oder? Ja. Na und? Es hat sich aber nicht wiederholt. Und ab. Erst ist meine Brille verschwunden, dann der Sessel. Und jedes Mal war dein Handy mit im Spiel. Ja. Du bist dir doch wohl im Klaren, dass heutzutage jeder so ein Ding in der Tasche hat. Oh, Klebe. So. Bitte sehr. Danke. Vielen Dank. Ich brauche gleich noch ein Autogramm von Ihnen. Hallo Oma, was ist das denn? Ein Pia Cioti. Mein Geschenk für Paul zur Konfirmation. Echt geil. Hat er gar nicht verdient. Lisa Marie. Ja, tschüss und viel Spaß damit. Danke. Oma, ich muss dir was sagen. Es ist... Ja? Na raus mit der Sprache. Der Papa, der hat doch im Moment so viel Arbeit und ist ganz selten zu Hause. Dein Papa hat immer viel Arbeit und ist nie zu Hause. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Was? Ausnahmsweise ist er heute hier. Ja. Das Handy stammt aus China. Vielleicht haben die das Ding in Hongkong irgendwie falsch zusammengeschraubt. Oder die sind uns um 100 Jahre voraus. Das ist ein stinknormales Handy. Und wenn nicht, du glaubst doch nicht im Ernst, dass du auch nur eine Fliege damit zwingen könntest, ihren Hintern hochzuheben. Also bitte, probier's aus. Bitte. Da, das Telefon. Äh, die Lampe. Die Lampe. Ich weiß nicht, das Handy könnte sich im Zyklotron aufgeladen haben. Das wäre eine Begründung für diesen Energieabfall. Vielleicht sind die Akkus leer. Julius, das ist Unsinn. Dann erklär mir, wie das funktioniert hat. Hast du dir eigentlich schon mal vorgestellt, was passiert, wenn du wirklich das Bieben erfindest? Dann braucht er keine Autos mehr. Keine Raketen. Keine Eisenbahnen. Keine Schiffe. Es ist unvorstellbar. Die Welt wäre aus dem Hang. Für die einen wärst du Gott. Für die anderen der Teufel. Denk mal an die Autoindustrie. Aber zum Glück kannst du ja nicht beamen. Sonst könnte ich ja zum Beispiel dieses Flugzeug weg. Wenn's. Oh. Oh Gott. Komm zu dir, Julius. Es war nur eine Verkettung irrelevanter Erscheinungen. Weg. Diese Verbrecher. Typisch Berlin. Kein Wunder, dass hier niemand hinziehen will. Was ist denn passiert, Charlotte? Mein Geschenk ist weg. Gestohlen. Am helllichten Tag. Eben stand's noch hier und jetzt ist es weg. Bist du sicher? Da werd ich mir sowas ausdenken? Diese Gegend ist ja noch schlimmer als die, aus der ihr weggezogen seid. Elfi! Elfi! Hier ist es auch. Noch nicht. Das ist die klassische Molekular-Chinese. Das ist unglaublich. Das ist phänomenal. Also, kannst du mir das erklären? Du nimmst das Handy, zielst mit der Antenne, schaltest es ein. Ja. Also, ich hab jetzt was entdeckt und versteh es nicht. Beim Fahrrad geht's aber, beim Flugzeug... Warum verschwindet das eine und das andere fliegt einfach weiter? Da stellen sich vollkommen neue Fragen an die Quantenphysik. Wir brauchen dringend ein neues Fahrrad. Und zwar genau das Gleiche. Wo kriegen wir jetzt so ein Teil her? Ein Fahrradgeschäft. Was ist denn los? Was ist denn los? Kinn! Hast du dir was gebrochen? Oh, Feuer! Heute früh war das doch noch da. Heute früh? Vor einer Stunde? Julius und der Professor standen da oben. Ich hab hinaufgeschrien und da war das Dach noch da. Das kann nicht wahr sein. Ja, glaubst du denn, ich lüge? Aber wenn's vor einer Stunde noch da war, dann kannst du jetzt nicht auf einmal weg sein. Wo ist Julius? Julius! Das weiß ich nicht. Ist der da, wenn man ihn braucht? Das Fahrrad ist auch weg. Was für ein Fahrrad? Na, das Fahrrad. Mein Konfirmationsgeschenk für Paul. Gestohlen. Am hellerlichten Tag. Unvorstellbar. Ist Paul da? Nein. Julius. Ein dummer Jungenstreich. Ich war bei der Polizei. Die haben gleich eine Rasterverhandlung gemacht. Stand, glaube ich, ein paar Ecken weiter. Oh, Gott. Wir sind hier nicht willkommen. Das wird ja immer rätselhafter. Was ist denn hier los? Hier ist immer was los. In Hamburg wäre sowas nicht möglich. Paul kommt. Wo ist denn das Fahrrad? Versteckt. Das ist echt krass. Vielleicht so eine Windhose und Ploppeck-Wahnse. Ploppeck-Wahnse? Dann müssten sie ja irgendwo rumliegen, die Dinger. Wo bist du denn hin? Telefonieren, Versicherung, was weiß ich. Hallo. Mir macht es ja nicht das Geringste aus. Ich bin ja improvisieren gewöhnt. Aber wenn man Gäste hat... Mama, ich verspreche dir, es wird morgen meine vorrangige Aufgabe sein, den Besteckkasten zu suchen. Mir wird so immer noch kein Dach über dem Kopf erbauen. Aber mit deiner Hilfe, liebe Charlotte, werden wir auch diese Situation meistern. Ich stelle nur fest, dass der große Tag eures Sohnes bei euch unter dem Motto, auch das noch läuft. Großer Tag? Das Wichtigste sind doch die Geschenke. Ja, dann mal still. Die Hausvögel haben am heutigen Nachmittag den Brunnen auf dem Luisenplatz in Potsdam auf ganz besondere Art geschmückt. Auf dem Wasserstrahl tanzten plötzlich rote Dachziegel. Der Brunnen musste vorübergehend abgestimmt werden. Die Polizei fahndet bislang erfolglos nach den mutmaßlichen Tätern. Ein Bekennerschreiben ist noch nicht reingegangen. Sachdienliche Hinweise nimmt natürlich jede Polizeidienststelle entgegen. Und damit Tschüss und guten Abend. Und warum passiert uns das? Wir haben noch niemandem was getan. Moment mal, wer sagt uns denn, dass das unsere Ziegel sind? Wo sollen unsere Ziegel dann bitte schön sein? Wir müssen das Dach jedenfalls wieder decken, bevor es regnet. Dachdecker? Handwerker. Viel zu teuer und zuverlässig. Vielleicht können ja Zacharias... Zacharias nur über meine Leiche. Ein krimineller Brunnen. Ist ein guter Handwerker. Guckst du dir bitte mal das Fenster an, ist das nicht fantastisch? Das hat Zacharias gemacht? Nachdem er vorher ein Loch in die Wand gemacht hat. Dann steig du doch aufs Dach. Wenn er streitet, tut er es doch auch nicht ganz. Wenn er es dir lieber ist, kann ich auch in meinem Arbeitszimmer schlafen. Es ist mir lieber. Wenn Charlotte sich wundern sollte... Warum sollte sie? Sie weiß doch, dass du Tag und Nacht arbeitest. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Die Spannung fällt. Wie bei deinen letzten Versuchen. Genau. Wo ist sie hin, die Spannung? Das Ding ist ein Elektronenschwamm. Bei zielgerechter Entladung zerlegt es zu Atomstrukturen und schickt sie als gebündelte Energie an einen anderen Ort. Wo sie sich wieder materialisiert. Ja, ja, nach dem gehabten Schema. Rematerialisierung von Photonen einer Quantenverstreckung. Glaubst du mir jetzt? Ja. Dass wir beide total übergeschnappt sind. Ja, aber das Fahrrad ist verschwunden. Probieren wir es nochmal. Ich will es jetzt wissen. Nein! Du, wahnsinnig! Da sind wichtige Unterlagen drin. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Kann ich irgendwie helfen? Diana, Sie schickt mir der Himmel. Bitte machen Sie sofort einen kompletten Sicherheitscheck. Sie wollen mich doch nicht hier alleine lassen. Nein, nein, Professor Winkelmann ist ja bei Ihnen. Ich werde auf einer anderen Baustelle gebraucht. Aber was sagt er bloß? Er ist ja so komisch in letzter Zeit. Das ist das Genie. Aha. Hoppa! Was steht uns jetzt immer ab? Aha, nicht immer, aber immer ab. Paul, du bist echt süß. Aber lass uns nicht ändern, lass uns allein. Paul! Du hast mich für echt Stress. Paul! Tschau! Tschau! Ihr müsst eines wissen. Ich habe euch lieb und ich will nicht weg von euch. Ja, und Mama? Ja, Mama habe ich auch lieb. Nein, ich meine, will Mama, dass du weggehst von uns. Erstmal bleibe ich so lange, bis Charlotte weggeht. Und dann? Dann rede ich noch einmal mit Mama. Ja, mach mal, sonst sind sie am Ende noch Zacharias. Blödsinn. Na und du? Für welche der drei Grazien hast du dich entschieden? Weißt du, cool ist, wenn du keine verärgerst. Nämlich Jenny sind Julia und Jasmin sauer. Und nämlich Julia, Achtung und so weiter. Ist doch viel praktischer so. Ich finde alle drei blöd. Ja, na du hast ja auch keine Ahnung. Jenny ist ein Ass in Mathe. Julia im Bio und Jasmin in Deutsch. Und die lassen sich alle drei abschreiben? In der Logo. Weißt du, was die noch machen? Was denn? Hausaufgaben. Knutschen. Ah. Logo. Pass doch auf. Sorry, ich bin gerade drin vor dem Tendachdecker. Lass mal, Junge. Du machst deine Sache ganz, ganz prima. Wenn ich mal gegen deine Zeuge anschaue, oh Gott. Naja, dann muss nur doch ein Vergehende von mir in dir drin sein, wa? Der arme Junge. Hoffentlich nicht. Achtung, die Chefin. Wow. Ihr könnt euch drei küssen. Super. Kommst du deswegen rauf oder soll ich runterkommen? Fekspa, alles runterkommen. Schnicken. Was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte, mit unserem Geschenk für Paul, das geht doch in Ordnung, oder? Oh, was denkst du denn schon vor zwei Monaten? Hör mal, was ist eigentlich mit dem Kuss? Ist mir gut, Mama. Alles herkommt, ich will ein Foto machen. Jetzt kommt das mal. So. So. Hallo. Ist gleich. Ja. Ja. So, stell dir kurz. Willst du nach links? Also nach links. Ja, zusammen. Na, wenn ich schiebe. So. Warte, ich muss mit auf dein Foto, sonst gilt das nicht. Entschuldigung, Pauli. Wenn du früher gekommen wärst, dann wären wir jetzt schon fertig. Ich möchte euch jetzt nicht mit einem Vortrag langweilen, aber in der Physik gibt es den Begriff der Bindungsenergie. Julius, komm. Was ich damit sagen will, mein lieber Nukleus Paul, obwohl du jetzt schon fast erwachsen bist, würde ich mir wünschen, dass dich unsere Bindungsenergie möglichst lange bei uns halten würde. Wenigstens, bis du deine erste eigene Kernfusion in Gang gesetzt hast. Ja, Julius, da musst du dir beipflichten. Paul, keine Sorge, das verschließt erst später. Kinders, hoch die Tassen, lass uns auf den Jungen trinken. Prost. 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 Julius. Wie ist es mit den Geschenken? Wollen wir rüber? Genau, Geschenke. Wie bitte. Mein Lieber. Ho, ho, ho. So. Cool. So. Mein Junge, herzlichen Glückwunsch. Danke. Und das ist hier, damit du auf deinem Rad eine gute Figur machst. Wow. Cool, ja? Ja. Tour de France. Und du, lieber Paul, wirst dabei sein. Also, ihr seid echt cool. Danke, Mama. Danke. Ich hab dir im Internet eine Website eingerichtet. Mit Chatroom. Was meinst du, wie viele Fans sich da schon gemeldet haben? Danke. Wow. Oh, Mann. Oh, Wahnsinn. Ein Pia Jotti. Danke, Oma. Mit SDI. Und einer Klinik. Diese kleine Bescheidenheit hier, die ist von deinem Onkel. Paul, bitteschön, damit du deine Fahrradkarriere ein bisschen, wie soll ich sagen, dokumentieren kannst, archivieren, wie man will. Mach gute Bilder, glaub mir. Also, das ist echt irre. Danke, Onkel Zarrarias. Naja, jetzt schwing auf deinen Gaul und mach dich vom Hof, bevor wir alle Verrührung zerfließen. So ein teures Geschenk. Du, ich hab einen an der Hand gehabt. Die hat mir die... Naja, also hoffentlich hat der Junge länger was davon. Sein letztes Weihnachtsgeschenk hat die Polizei doch auch wieder abgeholt, oder? Das war eine unglückliche Verkettung. Die Kamera, die ist wirklich... Die ist wirklich gekauft, nicht geklaut. Ich würde vorschlagen, wir trinken jetzt auf Ulrike. Ohne Ulrike wärst du dem kleinen Paulchen niemals der große, coole Paul geworden. Na, da warten wir noch. Ulrike, darf ich? Prost, Prost. Ach, lass das Charlotte, ich mach das schon. Was du heute kannst besorgen. Lass sie doch. Mama braucht das. Äh, wir müssen mir die nächsten 20 Jahre aufs Butterrohr zuschmieren. Nicht nur dir. Ach, bin ich froh, dass das trotzdem im ganzen Chaos noch eine schöne Feier geworden ist. Ja. Und wie soll das jetzt weitergehen? Mit uns? Hm. Müssen wir das heute Abend klären? Meister Ulrike, das wollte ich dir sagen. Ich... Ich... Ich bin vielleicht ein... Ein fanatischer Physiker, besessen, bekloppt. Manchmal... Vergesse ich auch Dinge, die... Die wichtig sind. Manchmal. Ja. Aber weißt du, diese eine Nacht... Dieser eine Tag ohne dich und ohne die Kinder... Das war die Hölle. Guck mal der schöne Sonnertag. Hm... 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 Ah... Rot... Rot ist die Farbe der Liebe. Hm... Hast du gewusst, dass man Rot auch als die Urfarbe bezeichnet? Hm... Hm... Blut ist rot... Rot... Die Farbe der Leidenschaft... bei hohen temperaturen leuchten manche stoffen es liegt am kurzwilligen charakter und an der intensitätsverteilung elektromagnetischen strahlung es ist rot rot es ist rot es ist rot die rote brennschnur der rote sessel das rote fahrrad die runden ziegel die rote schildkröte natürlich ist das das alles nur eine hypothese aber die erste vernünftige ja wir sind auf dem richtigen weg wir sind keine spinner wir können beamen ja gut morgen im institut ja wow Oh, no. Oh, no. Oh, no. Wahnsinn. Und tschüss. Sag mal, bist du verrückt geworden? Spielverderber. Ich kann das doch nicht berechnen. Was mache ich, wenn die Tomate auf dem Kopf des Bundeskanzlers landen? Ich kann mir eine Menge schöner Sachen vorstellen. Sollte sich ein proportionaler Zusammenhang zwischen der verbrauchten Energie, der Größe des gebeamten Gegenstandes und der zurückgelegten Entfernung herausstellen, dann wäre ich ein ganzes Stück weiter. Aber damit weißt du immer noch nicht, ob die Tomate wirklich auf dem Kopf des Kanzlers. Ja, aber ich könnte sie vielleicht wieder zurück, oder? Naja gut, da ist noch eine ganze Menge offen. Julis hat gesagt, wenn er es irgendwie einrichten kann, dann kommt er. Also kommt er nicht. Mama. Kind, soll ich nicht noch bleiben? Jedenfalls, bis ein Grundstock von Ordnung im Hause ist. Das kann ich dir doch nicht zumuten. Das wird doch zu viel für dich. Aber ich meine es doch nur gut mit deiner neuen Arbeit jetzt. Ihr könnt doch nicht wochenlang in diesem schrecklichen Durcheinander leben. Du hast uns so prima geholfen. Und jetzt braucht dich dein Geschäft. Weil du dafür ein Anfängskind. Ich wollte schon seit Tagen etwas Wichtiges mit dir besprechen. Seit Papa nicht mehr ist, bin ich sehr allein. Und der Laden läuft auch nicht mehr so, wie es war. Der trägt heute noch Hut. Ich denke daran, mich zu verändern. Vielleicht die letzte Chance für ein Neuanfang. In einer anderen Stadt, mit anderen Menschen. Und was hast du vor? Ich brauche nur ein kleines Zimmer. Vielleicht ein eigenes Bad. Ich habe mir gesagt, ihr habt doch so viel Platz. Das ist, du meinst, du willst zu uns ziehen? Aber nur, wenn Julius einverstanden ist. Ich bespreche das mit ihm. Okay, versprochen. Versprochen. Uli? Ist dir das Mittagessen nicht bekommen? Ich war gar nicht essen. Man kann es auch übertreiben mit dem Job. Meine Mutter will zu uns ziehen. Ach, du liebe Güte. Dann trinken wir einen. Und was machst du denn nun? Zuerst Julius erwürgen. Wenn der nämlich wie versprochen zum Bahnhof gekommen wäre, hätte sich meine Mutter garantiert nicht getraut, vom Umzug zu sprechen. Ich habe es doch gewusst, dass ihr euch wieder vertragt. Wer hat denn gesagt, dass wir uns wieder vertragen haben? Na, weil du ihn erwürgen willst. Nicht, ich muss noch zum Chef. Also, ich kann nicht auf einem Bein stehen. Auf die Männer. Auf die Mütter. Auf uns. Auf die Mütter. Entschuldigung, Paul Stern, wo liegt der? Sind Sie die Mütter? Ja. Zimmer 16. Links den Gang runter. Danke. Oh Gott, das ist wie ein Paulchen. Was ist denn passiert? Tag, mein Schatz. Tag. Tag. Halb so wild. Als Rennfahrer musst du da durch. Ja, zum Glück nur ein paar Schrammen. Aber er muss trotzdem hierbleiben. Zur Beobachtung, falls es vielleicht doch eine Gehirnerschütterung ist. Mein armes Kind. Besser eine Gehirnerschütterung als ein Beinbruch. Für einen Rennfahrer jedenfalls. Unser sauberer Nachbar ist direkt in den Rhein gefahren. Ja, und das Irre, der Typ hat das gleiche Rennrad wie ich. Ha, genau. Könnt ihr euch das vorstellen? Du, entschuldige, dass ich jetzt erst komme, aber ich war noch bei meinem Chef und die Sekretärin, die hat den Anruf nicht durchgestellt. Ach Mama, es macht doch nichts. Papa war jedenfalls sofort hier. Ach ja. Was machen wir eigentlich, wenn Charlotte ihre Drohung wahr macht? Bei Sternchen ist noch Licht. Um die Zeit. Weißt du, Schatz? Ja, Schatz. Ich kann mir das ganz gut vorstellen mit Charlotte. Hast du zu viel getrunken? Nein. Charlotte im Haus, das wäre doch ganz praktisch. Und wenn mal Not am Mann ist, dann... Du, bei uns ist immer Not am Mann. Haushaltstechnisch natürlich. Entschuldigung. Zimmerservice. So, ich muss los. Wenn ich die Maschine verpasse, kann ich mich einsagen. Guck mal, kannst du dich das nächste Flugzeug nehmen? Kann ich nicht. Mit der nächsten Maschine bin ich erst am Nachmittag in Paris und dann ist die Konferenz vorbei. Ah. Also bis heute Abend. Ja. Ciao. 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 Die Nummer des Labors. Speicherplatz 2. Oh nein. Das Ganze jetzt wieder zurück. Unsere Nummer. Speicherplatz 1. Ja, Diana. Ja, aber was... Was machen Sie denn? Ach so. Ja, vielen Dank für mein Café. Ich kann's gar nicht glauben. Diana, 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 sie sind der Beweis. Sie sind Anbieter. Julius, hast du meine... Es hat funktioniert. Ulrike, stell dir vor, es hat funktioniert. Das sehe ich. Ich kann dir das erklären. Mein kleines so ruckes Handy. Wie kommt sie in unser Schlafzimmer? Ich kann auch nichts dafür. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Nein, 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 ihr versteht nicht. Ich habe gebeamt. Ich habe gebeamt. Das ist unglaublich. Ja, das ist unglaublich. So. Raus hier. Ich habe nichts getan. Wirklich. Ich habe gesagt, raus hier! Ulrike, ich glaube, das siehst du völlig falsch. Ich bin doch nicht blind! Aber Ulrike, ich habe doch... Ulrike! Wissen Sie, verschwinden Sie! Aber ganz schnell. Es ist wirklich ein Missverständnis. Ich kann sich hier nie wieder blicken. Warum sind Sie alle verrückt geworden? Sodom und Gomorra. Natürlich hat Norma den nicht geglaubt. Das ist ja auch für einen normalen Menschen nicht zu verstehen. Was soll ich denn jetzt tun? Ich habe da so eine Idee. Normale Impulsbeschleunigung. Experimental konstante Quantenschub. Null Phase. So weit, so gut. Das Risiko ist zu groß. Julius, ich bin gern bereit, mit Ulrike zu reden. Das hat keinen Sinn. Sie wird dir nicht glauben. Außerdem, es ist ja gar kein Risiko. Diana ist der lebende Beweis. Sie sagt selber, dass sie gesund und munter ist. Stimmt's? Absolut. Aus dem blauen Fleck von Ihrer Frau. Papa, jetzt oder nie. Die Maschine landet in einer halben Stunde. Halten Sie bitte. Ich kann es nicht zulassen. Du bist mein fähigster Wissenschaftler. Ich bin verantwortlich für dich. Ihr seid meine Zeugen. Der Leiter des Instituts, Dr. Professor Winkelmann, verbietet mir dieses Experiment. Sei doch vernünftig, Julius. Flughafen Paris, Charles de Gaulle. Haben Sie die Nummer herausgefunden, Diana? Nummer der Ankunftshalle schon eingetippt. Ich dachte, da kann nichts schief gehen. Darf ich, Herr Professor? Nein, nein, lieber nicht. Das mache ich lieber selber. Für alle Fälle. Man weiß nie. Sternchen, du kriegst mir die Tauben. Papa? Ankunftshalle. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Ich bin irgendwie falsch gelandet. Ich wollte eigentlich in die Ankunftshalle. meine Frau abholen. Wie sind Sie auf das Vorfeld gekommen? Niemand kommt ohne Genehmigung auf das Vorfeld. Das habe ich ja nicht gewusst. Ich habe mich verlaufen und plötzlich war ich auf der Landebahn. Impossible. Unmöglich. Das geht gar nicht. Ja, ja, das habe ich auch gedacht. Sagen Sie, könnte es sein, dass sich die Telefonnummer von der Ankunftshalle geändert hat? Wie? Das war der Nobelpreis. Das war der Nobelpreis. Das war der Nobelpreis. Ich war der Nobelpreis. Hören Sie, meine Herren. Sie waren nie im Leben auf dem Vorfeld. Ich verstehe. Ich war nie im Leben auf dem Vorfeld. Nie. Impossible. Wie kommst du denn hierher? Das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Glaubst du mir jetzt, dass ich beamen kann? Sonst wärst du ja nicht hier. Und deine Sekretär? Das war eine kleine Panne in der Experimentalfase. Armster. Apropos Panne, hast du zufällig dein Handy dabei? Ja klar. Hast du das Institut gespeichert? Du? Brauchst du? Ja. Ja? Herr Clemens? Ja, ich bin's. Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Mir geht es gut. Ja, die haben gedacht, es ist eine Bombe. Eine. Was machst du jetzt? Was ich jetzt mache? Wir nehmen das nächste Flugzeug nach Hause. In drei Tagen. In drei Tagen. Siehst du, ich hab dir doch gesagt, dass es klappt. In drei Tagen. Paris. Die Stadt der Liebe. Siehst du, ich bin's. Ja? Ja, Paulchen, ich bin's, Mama. Na, wie sieht's aus bei euch? Mama. Äh, wie's aussieht. Na ja, also... Du, uns geht's unheimlich gut. Wir sind den ganzen Tag unterwegs. Hier gibt's so viel Schönes zu sehen. Du, Mama hat schon ganz wunde Füße. Notre Dame, Sacré-Cœur, Champs-Élysées. Und, ihr? Alles in Ordnung? Ja, ja, klar. Alles bestens. Super. Charlotte ist da und Zacharias. Paul? Du klingst so komisch. Mama, wir kommen nicht rein, der Schlüssel ist weg. Sternchen sagt, sie kommt zu Hause nicht rein. Chaos. Wie immer. Sternchen, pass auf. Du rufst jetzt gleich den Schlüsseldienst an, ja? Hör mal zu, Bruderherz. Mach dir keine Sorgen. Ich regel das schon. Zacharias, hör zu. Zacharias? Ein Kinderspiel. Hallo. Was denn? Ach, mein Bruder, der Kriminelle. Weißt du, was der jetzt macht? Der bricht ein? Ganz genau. Tja, manchmal ist ja eben sowas zu gebrauchen. Sowas zu gebrauchen? Ja. Und ich? Du? Ja, bin ich auch manchmal für... Entschuldige. Ich geh jetzt. Ich geh jetzt. Ach. Das ist mein Kopf. Janine! Ach! Musik Musik